yo leute was geht und herzlich willkommen zu einem video ja leute im heutigen video möchte euch zeigen wir dieses nice outfit für den weiblichen charakter bekommen können natürlich sagen lassen wir gleich los starten wir begeben uns zunächst einmal zum bekleidungsladen geht dann einmal zu den hosen zu den leggings und dort kaufen uns dann einmal die rosa heat sport trainings hose von dort aus geht es dann weiter zu den schuhen dann gehen wir zu den sportschuhen und dort kaufen uns dann die weißen sportschuhe anschließend gehen wir noch zu den accessoires zu den handschuhen kaufen uns dort die weißen baumwollhandschuhe von dort aus geht es dann weiter zu den oberteilen dann gehen wir zu den designer t-shirts dort zieht ihr euch schon einfach irgendein pinkes t-shirt an das outfit speichern wir dann einmal auf dem ersten slot ab anschließend gehen wir wieder zu den oberteilen dann gehen wir zu den designer t-shirts kaufen bei cruise von freunden vorgeschlagenen kurs da könnt ihr auch einfach irgendetwas geben unseren einmal das schwarze t-shirt anschließend einmal das outfit an was uns eben abgespeichert haben begeben unseren hinten zum umkleideraum dort geben wir dann zu den oberteilen dann gehen wir zu den designer t-shirts wählen uns dann dieses schwarze t-shirt aus aber nicht mit x bestätigen suchen setzt irgendeinen freund raus dem wir dann beitreten können wenn jetzt kein freund habt könnt ihr auch einfach hier unter cruise gucken bei cruise von freunden vorgeschlagenen kurs da könnt ihr auch einfach irgendjemanden beitreten und ja jetzt in der lobby angekommen werdet ihr sehen dass wir schon das logo auf das t-shirt übertragen haben wir begeben unseren wir zum bekleidungsladen speichern das outfit erneut ab anschließend gehen wir wieder zu den oberteilen zu den einsatz westen und dort kaufen wir uns dann die fähigfarben der schussweste speichern das outfit dann auch noch mal erneut ab anschließend gehen wir zu den raubüberfall overalls und dort kaufen wir uns an irgendein overall wo auch die gasmaske drauf ist wir geben uns an zum teleskop wir rennen am teleskop dann vorbei ist beim steuerkosten rechts öffnen das interaktionsmenü dann gehen wir aufs deal wenn das outfit aus was wir uns gerade abgespeichert haben dann wird die gasmaske auf das outfit drauf glitschen ist auf jeden fall perfekt das outfit speicher werde noch einmal erneut ab haben wir das gemacht öffnen das interaktionsmenü dann gehen wir aufs deal bestätigen ein paar mal das outfit und starten anschließend einen job für einen titan dort im job angekommen braucht auch gar nichts umzustellen ganz normal den job starten ist der job dann jetzt gestartet soll jetzt wie bei mir der fall ist mit der schwarzen gasmaske spawnen sollte mit der schwarzen strumpfmaske spawnen einfach das game noch mal neu starten das outfit ein paar mal bestätigen den job neu starten und dann solltet ihr auch mit der gasmaske spawnen wir begeben uns an zum ammonation tot vom ammonation angekommen das outfit abspeichern und dann können wir den job auch direkt wieder verlassen jetzt in der lobby angekommen begeben wir uns dann wieder zum ammonation dann gehen wir zu den oberteilen zu den westen ziehen sind einfach die weste an auf position 2 anschließend kommt dann der job ins spiel den müsst ihr euch dann einmal markieren die markierung werdet ihr auf jeden fall in der video beschreibung finden im job menü angekommen kleidung auf gespeicherte outfit stellen dann könnt ihr jetzt ein freund einladen ist der freund dann beigetreten können wir den job starten wir drücken dann einmal steuerkopf nach rechts bereit zum spielen ist der job gestartet dann können wir den job auch direkt wieder verlassen ja jetzt in der lobby angekommen steigen wir einfach in irgendein auto ein registrieren sein als CEO dann gehen wir auf verwaltung auf stil switchen einmal das outfit rechts links und dann werdet ihr sehen dass wir jetzt das gemoddete outfit haben ja wenn ihr bock habt könnt ihr euch jetzt noch irgendeinen helme und maske drauf glitschen das outfit noch einmal final abspeichern und im jahr leute das war es auf jeden fall mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen wenn es denn so sein sollte würde es mich auf jeden fall freuen wenn ihr mir noch ein abo und ein like da lassen würdet und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal tschau tschau